Die Challenge bei BEDO wird Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. Liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen zur Challenge bei BEDO. Challenge bei BEDO. Frohe Weihnachten wünsche ich an alle unsere herzlichen Zuschauerinnen da draußen. Herster Weihnachtstag heute, ne? Ja, schön, dass Sie dabei sind. Schneid's draußen? Man weiß es noch nicht. Ich bin seit 24 Stunden in diesem Studio gefangen. Ich habe keine Ahnung. Die Challenge heute ist ein altbekanntes Spiel. Sie alle haben es schon einmal gespielt. Und vielleicht ist es eine Anregung jetzt in diesen Weihnachtsfeiertagen, wenn man vollgestopft und am Weihnachtsbaum liegt. Einfach mal mit der Familie den Zettel, den Bleistift rausholen und ein schönes Spiel spielen, nämlich Stadt, Land, Schloss. Oh, dein Ernst? Ja. Ich gebe euch wunderbare Begriffe vor. Da war ich voll der Loser-Junge. Ich ziehe einen Buchstaben aus diesem wunderschönen Buchstaben-Pott und dann geht's los. Wir machen ein bisschen Druck. Äh, stopp, stopp, stopp. Was war Stadt, Land, Fluss? Welche Reihenfolge? Was? Ich gebe es dir vor. Pass auf. Unsere ersten Kategorien, du kriegst das auch als kleinen Spickzettel, sind Stadt, Schauspielerin oder Schauspieler und ein Brotaufstrich. Und der Buchstabe, den ich von euch... Und wer jetzt erst fertig sagt, fertig? Ihr sagt Stopp oder ich sage Stopp, wenn mir das zu lange dauert. Und der Buchstabe lautet U wie Ulrich. Unter Umständen Unken... Mehr fällt mir nicht mehr ein. Aber es war ein guter Ansatz. Ich habe es wenigstens versucht, während Sie da zu Hause vor dem Fernseher es nicht versucht haben. Ja. Und wir schauen einmal auf die Zettel. Stopp. Wunderbar. Stifte nieder. Ey, du hast echt... Hervorragend. Dann möchte ich bitte hören. Eine Stadt mit U. Ulm. Eine Stadt mit U. Ulm. Das sind fünf Punkte für jeden. Eine Schauspielerin, ein Schauspieler. Ach, ich dachte, bekannt ein bisschen, wie Ulrich Wickert ist. Hat der mal geschauspielten? Lass ich gelten. Finde ich schon. Dein Ernst? Ja, klar. Ist ja auch eine Art Schauspieler. Ich habe Ute Lemper. Ute Lemper lass ich auch gelten. Ihr spielt alle immer gegen mich. So gut, pass auf. Was hast du bei Brotaufstrich? Urkern-Brotaufstrich. Was für ein Ding? Der ist voll lecker. Den esse ich jeden Morgen. Perfekt. Kennst du das nicht? Urkern. Aus Urkern wird Brotaufstrich gemacht. Ey, wunderbar. Und unsere nächsten Kategorien sind... Jensi, mal ganz unter uns, ne? Du verarschst mich gerade. Nein, nein, nein. Das kennt man. Das ist ganz alt. Urkern-Brotaufstrich. Uralter Urkern-Brotaufstrich. Das ist doch richtig... Genau. Vegan. Genau. Die nächsten Kategorien lauten... Schlimmes Weihnachtsgeschenk. Musiker oder Musikerin und etwas Ekliges. Achso, Buchstaben brauchen wir noch nicht ganz. Genau. Schreib ruhig schon mal auf gut Glück. Vielleicht kommt ja genau der Buchstabe. Man weiß es nicht. Schlimm gesagt, da war ich schon bei S. Also, Schlimmes Weihnachtsgeschenk. Schlimmes Weihnachtsgeschenk. Musikerin und etwas Ekliges. Mit dem unglaublich tollen Buchstaben aus unserem Alphabet O. So. Oktogenarische Ozelote oszilloskopieren osloische Oktopusse. Stopp. Der Zettel fällt, Stefft fällt. Schlimmes Weihnachtsgeschenk jetzt in meinem Malte, wenn ich... Ottifant? Ottifant ist grausam. Also, wenn ich Creme von Eul of Olaf bekomme, kotze ich. Entschuldigung. Perfekt, wunderbar. Musiker, Musikerin. Ist er auch ein sehr guter Musiker? Otto. Der Erfinder der Ottifant. Oder Ottifant. Denn das Gute und das Schlimme liegt so nah. Und etwas Ekliges. Ohrenschmalz. Oh ja. Ich auch. Nein. Doch. Okay. Ich hab geschummelt. Du hast da nicht stehen. Hallo? Wunderbar. Und wir kommen zur nächsten wunderbaren Kategorie. Ich wollte doch noch ein bisschen schummeln. Das ist okay. Ich bin soweit. Jetzt bin ich warm. Sehr gut. Wir haben das Spiel begriffen. Die Kategorien diesmal. In der dritten Runde. Tier. Scheidungsgrund. Ups. Und wenn du in einem Porno mitspielst, wie wäre dann dein Schauspieler da? Mein Ernst? Es ist ne Late-Night-Show. Oder die Kinder sind im Bett. Die Leute sitzen zu Hause. Wenn das meine Eltern sehen, ey, die enterben mich. Also. Tier. Scheidungsgrund. Pornoname. Mit den großartigen Buchstaben. Rrrr, wie Richard. Riesige Ratten. Rammeln. Rudelweise. Runde. Äh, äh. Fuck, stopp. Stopp, ja. Gerettet vom Gong. Wunderbar. Ja, dann hab ich jetzt die. Aber Bedo hat auch viele geschafft. Dann hören wir doch einmal dein Tier. Ratte. Ja, um Ratte. Das weiß auch jeder. Dein Scheidungsgrund. Rauchen. Raten bezahlen. Ich hab Raten. Alles gut. Das ist garantiert einer der häufigsten Scheidungsgründe. Eieieieie. Und ich bin sicher, deine Ex-Frau guckt gerade zu und denkt, ach ja, übrigens, da war doch noch was. So, jetzt wollen wir's hören. Und zwar. Was sagst du? In einem der besten Pornos von 1989. Wie war da dein Name? Roland Rammler. Sehr gut. Ich fühl's gar nicht aufgesprich. Sag, sag, komm. I'm the rabbit fucker. Scheiße. Das ist ja jetzt so ein Wort wie ... Er kriegt da mit 10 Punkten extra. Komm, der ist gut. Der ist sehr gut. Komm. Wir kommen zur letzten Runde, bevor wir zur Auswertung kommen. Und zwar mit den wunderbaren Kategorien. Körperteil, der Titel deines Rap-Albums ... Dein Ernst? Und etwas Grünes. Dein Ernst ist ein doofer Titel. Okay. Körperteil, Titel deines Rap-Albums und etwas Grünes. Körperteil, Titel deines Rap-Albums, etwas Grünes mit dem großartigen Buchstaben. Vielleicht mein Lieblingsbuchstabe in unserem Alphabet. D. Komm, rabbit fucker ist geil. Kannst du sagen, was du willst? Ich bin Roland Ramlau nicht schlecht. Wieso? D wie Detlef. Dusselige Düsseldorfer drehen ... Warte mal. Dreckige ... Donauwellen durch Danzig. Das Grünes. Ihr macht das ganz toll. Es steht 2 zu 2. Ihr seid beide beim dritten Buchstaben. Etwas Grünes, ey. Etwas Grünes mit D. Äh ... Zum Beispiel dein Hemd. Hör auf. Ich wollt nur helfen. Naja. Okay, stopp. Wunderbar. Stift nieder. Und ein Körperteil mit D. Daumen. Da. Das sind 2 sehr schöne Körperteile, die ich häufig in die Luft halte. Wie ist der Titel deines Rapalbums? Domian. Warum nicht? Ernst? Hast du ihn da als Featuring Domian? Dein Ernst? Hast du jetzt auch das gesagt? Nee. Ja. Domian, warum nicht? Da gibt's cooleres, sag ich mal. Aber es ist ein Rapalbum. Das müsst ihr Leute nicht erwarten. Doom King. Doom King, das ist gut. Trotzdem beide 10 Punkte. Großartig. Jetzt wollen wir hören. Etwas Grünes. Was hab ich denn da geschrieben gehabt? Mein Hemd. Mein Hemd fängt mit M an. Dein Hemd fängt mit D an. Aber das kannst du nicht machen. Das hab ich aneinander gebracht. Das tut mir leid. Wir sagen einfach mal, da gibt's keine Punkte. Dann Dahlgrünring. Was? Wir überschlagen einmal kurz. Damit haben wir einen eindeutigen Gewinner. Und Koray, herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Gewinnerbecher. Dankeschön. Wow, da ist sogar der Verlierer mit drauf. Haha, Bedo! Danke. Äh, Koray? Ja? Wusstest du, dass das deine letzte Sendung ist? Wusstest du, dass die Rechnung noch vollklautig ist? Nein, nein, das geht nicht. Die Challenge bei Bedo wurde Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp! Guter Tipp! Guter Tipp! Guter Tipp!